Und damit willkommen zurück zu Super Mario Kart mit Flash, mit Centus und Versuch Nummer 5. Ja. So, ich mach das eben schnell. Zick, zick. Wir schaffen den Cup einfach nicht. Wir schaffen nicht den Cup, wir schaffen aber dieses verkackte Level nicht. Ja, also schaffen wir nicht den Cup. Ich nehm dort. Den Pilzi. Flower Cup ist schon eingestellt, da wir den ersten schon geschafft haben. Ja. So. Man, Trixi, schreibt mir jetzt die ganze Zeit. Oh, ernsthaft. Jetzt wirst du von den zwei Fettsäcken da hinten rumgeschubst. Ja. Weil im hier würde ich erst an dem Level eben und an dem anderen, das schaffe ich gar nichts. Haut doch mal. Ja, genau, schubst mich noch weiter. Boah. Mario, du kleiner Bastard. Ich wollte Mario haben, nicht dich. Ja, der hat jemand anders. Nein, verpiss dich mit deinen Sternen. Ich krieg... So was krieg ich... Da krieg ich immer echt ein zuviel. Sei froh, du hattest mich dazwischen. Trotzdem, geh immer mit ihren scheiß Power-Ups. Das nervt. Spezial-Scheiße. Was war das nervige früher? Ja, weil es irgendwas passiert, habe ich schon mal eine rote Schildkröte. Aha. Äh, der, der. Aber bei dem Level braucht das nicht so wirklich. Oh, top. Oh, top die Wette gilt. Ja. Nein. Dritter. 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 Naja, du warst halt Matsch. Und dann bist du Matsch. Das war Sand. Dat war Matsch. Was sind diese Pfützen, du Vogel? Ja, das andere ist auch komisches Matsch-Zeug. Die Matsch-Pfützen sind ja geil zu dürften. So, jetzt kommt Top. Meine Fresse, ey. War doch vierter eben geworden. So, mal schauen, wie das jetzt wird hier. Boah. Muss ja nur vierter werden eigentlich. Ja, super. 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 Das kann ich knicken. Alter, Yoshi. Das kann ich gerade echt knicken. Ich sag ja, das kann ich wirklich gerade knicken. Ich fall nur noch runter. Hau ab! Boah, Centos. Kann ich doch was finden, wenn du mich anfährst? Alter, Yoshi, verpiss dich doch einfach mal. Yoshi sei ne Scheiß-Eier, ey. Oh, Ficken. Und die können einfach drüberspringen. Sag ich ja, wir können das nämlich nicht. Ja klar, du kannst so irgendwie... Nein, kannst du nicht. Ist wirklich so. Oh, diese Kurve. Hätte ich die gepackt. Scheiße. Okay, wir schaffen das nicht. Ich hätte es geschafft, wenn ich nicht in diesem Scheiß-Ei von Yoshi. Ich weiß nicht, warum der so eine Scheiß-Spezialfähigkeit hat, mit seinen Eiern nach vorne ballern. Ja, ja. Ja, da können die auch noch hinten setzen. Die Spezialfähigkeit ist einfach nur, dass er seine Eier hat. Aber warum auch immer. Oh nein, ich hätte es gepackt. Mann, ey. Kacke, ich hätte es gepackt. Wäre ich denn dieses Scheiß-Ei nicht von Yoshi reingefahren. Ja, toll. Und ich bin am Anfang immer runtergefallen. Zumindest wären wir weitergekommen. Jetzt. Ich weiß. Ich hasse Bauer, echt. Ich bin so auf dem Sack der Typen. Die alle können dich rammen, außer du die. Ja. Deswegen. Kommt auch noch dazu. Ach, so. Na ja. Ich probiere mich nochmal mein Glück. Ja, mach das. Ach, geil. Geil. Ernsthaft. War meine. Arschloch. Glaub ich zumindest. Zumindest kann man auch... Ey, das war Donkey, seine Fick-Ding. Verpiss dich, Cooper. Lenkung, danke schön, dass du mir jetzt gerade das vermasselt hast. Bremst ein Beu in den Kurven, wie jetzt immer. Hm-mm. Nein, 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 nein. Was war das Scheiß? Hm-mm. Nur weil er zu Deut die Kurve eben wieder genommen hat bei mir. Danke, dass du mich immer so schubst, du Arsch. Ja, du hast mich in der Kurve schon behindert. Hab ich gar nicht. Klar, weil du da... Dich rumschubst. Schubskreis hier. Ja, du mich auch. Boah, ich war so vorne, ne? Boah, lass mich in Ruhe. Scheiße. Ach, der trifft... Oh, mit dem Pilz... Mit dem Scheißstern kommt so um die Kurven, ne? Ja, kommt auch mit ihnen ordentlich um die Kurven. Weil er nicht rutscht. Wo ist es? Wir haben nochmal give up. Ne, ist eh die Final Round. Ja, das schaffen wir auch nicht mehr. Besonders, wenn man immer gegen die Wand fährt. Ey, vorne, die eine komische S-Kurve da, die geht einen richtig auf den Zwick-Gerl. Was ist das eigentlich mit dieser Behinderten-Lenkung, hä? Hi. Was soll das? Ich mach nichts. Ich hab nichts gemacht, ich mach ganz hinten nix auf der Tasse, tu. Aha. Ist der Magic, Magic, Machschuh. Nein. Ah, das wird auch gleich die sechste Aufnahme. Ja. Glaub's auch. Haben ja noch genug Zeit. Und überleg mal, wie weit vorne ich war mit einmal. Oh, ich hab ein Power-Schub gehabt. Der bringt dir hier nix, wenn du einen fetten Fettsack vor dir hast. Trotzdem kannst du die wegkramen. Nein. Ein Pixel, ne? Wenn du ein Pixel über dem Ding bist, dann bist du weg. Jetzt hinter mir, warum schubst du mich? Ich hab dich geangelt, damit du weiter vorauskommst. Tschüss. Diese scheißverdammten Kurven, ne? Ja, tschüss. Kommt, Zentus, jetzt glaub ich an dich. Man! Außer der Bowser, der fickt dich in Harsch. Vor allem bewegt sich diese verfickte Kugel auch noch. Ne? Ich weiß nicht, wie die die Power-Ups einsetzen können. Ah, Mann, ey. Hau ab, scheiß Ball, war echt. Ah, Mann, ey. Mann, 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 Mann. Zentus, tu mir jetzt eingefallen und werd einfach Zweiter. Oder irgendwas. Halt die Fresse jetzt, halt die Fresse. Halt los, die Fresse. Ah, Top. Scheiße, endlich. Boah, weißt du, wie mein Herz rast? Top. Boah, weißt du, wie mein Herz rast, grad? Jetzt darf ich nur nicht abstützen. Vielleicht? Ach, nö. Nach sechs Aufnahmen? Nein. Ich glaub, das ist das schlimmste Level. Ah, meine Fresse, ähnlich. Du musst nur ein paar mehr Münzen sammen, wenn man damit ins Ziel kommt. Warum? Dann kriegst du wenigstens mehr Leben noch dazu.